unfreundlich ich habe das ja schiefen das unfreundlich erzielt alles klar so Leute was geht ab jetzt willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minigames und äh ja heute kommt ein Spielmodus dran den ich dezent hasse und zwar ist das Shopping Chaos ich denke jeder kennt den Spielmodus und das heißt jeder aber bestimmt ein paar Leute bei Shopping Chaos muss man Sachen craften und das Leuten geben hier haben wir eine Kiste haben wir Crafting Sachen Leute auf jeden Fall noch mal ein frohes neues Jahr ne Uhr Leute ne Uhr Gold genau oh lol ich glaube ich weiß es doch warte mal äh in der Mitte ein Redstone und dann so drumrum Gold nee das war anders äh vielleicht warte ich mach mal ja normale Goldbarren so 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 oder in der Mitte ein Redstone Leute lol unfreundlich ich habe das ja schiefen das unfreundlich erzielt alles klar äh der will eine okay Eisen das kriegen wir hin das muss das ist jetzt einfach das ist wirklich jetzt einfach okay so 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 tschüss ein Kompass tschöö der attraktive Alex will äh zwei Steine gecraftt Leute man kann auch einen Ofen benutzen ähm zack Steindruckplatte der will eine Steinstufe oder der will eine fucking Steinstufe so attraktiver Alex ich würde dann mal sagen fick dich dezent ins Knie okay Amboss das ist easy das ist jetzt wirklich easy ähm zack zack erstmal brauche ich wieder Eisen ähm so 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 ah ne ist es anders feinlich oh Gott ist das feinlich so Amboss zack komm her und gib mir mein Smaragd tschöö äh Spitzhacke ey Leute hier das Niveau ist doch hier langsam echt runtergeschraubt so Spitzhacke craften das dürfte doch eigentlich ganz easy sein so ja vor allem welcher Shop macht die Sachen erst dann wenn er das erstellt hat das ist total unlogisch eine Trapdoor ach du Scheiße wie macht man denn das so oh Leute wir ziehen rasieren gerade okay was ist das okay ein Zaun Zaun das ist möglich das heißt äh wir brauchen Sticks hier ein Zaun das kommt das kriegen wir hin so dann öffnet den doch Mann ähm äh ich würde mal sagen das aber leckt gar nicht äh ja öffne dich halt so Leute ich bin mal wieder ausgetimt irgendwie ist im Moment war es nicht so perfekt mit diesem Server also ich weiß es nicht also ich mag so welche Spielmodus Modus alles klar ähm also ich finde die Idee vom Spielmodus ziemlich einfach und ähm ich finde da fehlt so das gewisse Etwas irgendwie noch also einfach nur Sachen craften ich weiß nicht Leute sagt mir gerne was ihr von dem Spielmodus haltet äh unten in die äh Kommentare ich hab euch jetzt da ein bisschen was gezeigt dass er selber noch abgeschmiert ist ist jetzt auch nicht mal so schlimm finde ich weil der Spielmodus hat mich gerade ziemlich abgefuckt ähm vor allem wenn das dann laggt ist das immer richtig komisch und äh ja lasst dem Video gerne eine positive Wertung da wenn euch's gefallen hat äh spielt den Spielmodus doch mal selber wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt haut rein bis zum nächsten mal Ciao 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 Ciao